Yo, Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und das ist die Gewinnspielauflösung zu dem Gewinnspiel, das ich ja schon das letzte Mal gemacht hatte und ich habe ein neues Kanal Design, wie ihr schon seht, hier mit Lionel Messi, Redan Shaqiri und da unten haben wir noch El Jaravi und dann haben wir hier auch mein Logo und meinen Namen. So, wir gehen mal auf das Video drauf und wir werden schauen, wie viele Kommentare dort sind, wir haben genau 57 Kommentare, das heißt wir gehen auf random.org, hier wir generieren eine neue Nummer, 1 bis 54 und das ist die Nummer 38, das heißt wir gehen hier auf die Nummer 6, das sind 7, dann haben wir hier 17, haben wir, ja, 27, 28 und der nächste, der untere Kommentar wird sein, ich hätte gerne die 2 von der BPL, das ist Reisier27i, den werde ich dann noch verlinken, du hast die Hälfte der Spieler und die Hälfte der anderen Verbraucherobjekte gewonnen und wir gehen noch zu einem, wir generieren noch eine Nummer, das ist die Nummer 30, wir fangen wieder von hinten an, das ist dann wieder 7, 17, 27, 17, 27, dann hier, oder, ja, oh Gott, jetzt habe ich mich verrechnet, 7 Stück, 17, 17, ja genau, dann haben wir hier 1, 2, 3, dieser hat auch gewonnen, Music Official Man, ich hätte gerne irgendetwas, ist mir eigentlich egal, aber irgendwas davon, weil ich gerade nur 752 Münzen habe, du hast auch die Hälfte der Spieler und die Hälfte der Verbraucherobjekte gewonnen und schreibt mich einfach an und ich werde euch die Spieler hinzukommen lassen. So, das war es mit diesem Video, es wird dann wahrscheinlich ab Dienstag oder Mittwoch werden dann FIFA 13 Videos kommen, von FIFA 12 wird es wahrscheinlich nichts mehr geben, das hoffe ich jetzt zu entschuldigen, aber es interessiert ja auch eh fast keinen mehr. So, gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video, bis dann, Servus!